Ich möchte gerne einen Beitrag dazu leisten, dass wir mehr Geschlechtergerechtigkeit in Deutschland insbesondere erlangen. Wir sehen gerade, dass in Führungspositionen im DAX insbesondere der Trend rückläufig ist und deswegen glaube ich, ist es wichtig, sich hier zu engagieren und Frauen sichtbar zu machen. Mir ist es wichtig und ich möchte das sozusagen auch irgendwie fördern und da einen positiven Blick drauf setzen, dass wir eben nicht, wie soll ich sagen, die normale Frau in die Klasse bekommen, sondern insbesondere auch Personen, die vielleicht auch einen Bruch in ihrem Lebenslauf haben, deren Lebensläufe vielleicht in anderen Auswahlgesprächen eben nicht bedacht werden. Und was die Mentees eben diesbezüglich von mir erwarten können, ist, dass ich eben genau das unterstütze und fördere und mich freue, wenn ich eben von ehrlichen Misserfolgen höre. Ich möchte den Mentees raten, einfach authentisch zu sein. Ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend. Wir Frauen haben wahrscheinlich schon auch irgendwie gelernt, uns immer so ein bisschen zu verstellen und vielleicht der schlechtere Mann zu sein, gerade wenn es eben um das Thema Führungspositionen geht. Aber ich glaube, dass man viel zu viel Kraft und Engagement verliert, wenn man eben nicht ein Mann selber sein kann. Und deswegen rate ich zu Authentizität.